das langweilige langweiligere spiel heute japan versus südkorea die beiden asiatischen teams sehr aneinander japan hat das spiel jetzt nicht gemacht aber sie waren besser sie hatten der ballbesitz ein paar mehr chancen aber minimal aber haben die tor nicht gemacht also da oder das tor nicht gemacht wenn sie schon mal in die verlängerung gekommen und deswegen südkorea hat paar chancen gehabt die genutzt tor gemacht und das wichtige durch korea glückwunsch ist weiter verdienen kann man überstreiten aber nicht weiter deswegen glückwunsch meinerseits südkorea mal gucken was sie noch so ein turnier erreicht japan schade für euch wie sagt schon gesutzen und dann klappt beim nächsten mal